Hallo, ich bin Karsten in Walsum und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne noch ein Stück bebleiben. Ja, hier in den Rheinauen ist im Moment alles voll mit Wildgänsen. Überall diese kleinen dunklen Flecken hier auf der Weide, das sind alles Gänse. Ja, der eigentliche Weg geht da oben an der Dammkrone entlang, aber hier unten läuft irgendwie keiner. Aber hier ist genauso schön. Ja und die Wiese hier im Hintergrund ist Vogelschutzgebiet. Also ich gehe mit Absicht auch schon nicht näher heran. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Gänse das hier sind, aber es ist schon ein ganzer Haufen. Aber ich finde es auch schon krass, was für Mengen an Treibgut hier rumliegen. Obwohl der Rhein von hier aus bestimmt auch noch mal 500 Meter weg ist. Musik 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 Ja, hallo nochmal. Ich hatte heute mal wieder Lust auf Wasser. Deswegen habe ich mir mal wieder eine Strecke am Rhein rausgesucht und bin mal wirklich gespannt. Ich habe ein bisschen was gelesen über die Runde. Es soll hier mehrere Flussmündungen geben auf dem Stück. Schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Musik 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 Das ist schön am Rhein. Das ist schön. Das ist schön am Rhein. Ja, ich habe es nur noch ungefähr einen Kilometer zum Auto. Ich hoffe, euch hat die kleine Runde durch die Rheinauen gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.